Ach, du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Komm, ich geh! Bist du okay? Hey! Hey, Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Bist du okay? Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen, ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab. Und Titell lässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors eine ganze Zeit. Hey, hey, hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magiephase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig. Der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung. Er war... Du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war... Interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber... Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last... Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal, wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Sehr gut. Danke. Oh, äh... Unser Taxi ist da. Ja. Äh... Wir haben's... weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Auch schon ab. Zieh Leine. Das ist der Fall. Ja. Und? Vector? Was steht jetzt an? Hm. Also, bevor ich hier reingezogen wurde, hab ich an einer Art, äh, Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh, mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Oh, ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Kann er portugiesisch? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Dann los. Hast du noch mehr von den Zigaren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir, äh... Beide Seiten zufriedenstellen. Na, das... Das ist toll. Ja. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Ha. Freut mich. Ha. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Na komm, schon ernsthaft. Oh, doch ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, wa... Warte mal, Mann! Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nate. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. 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 Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja, es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Oh nein, nein. Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Oh. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel... ...hab ich das Abenteuer vermisst. Ich hab uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay? Und schießen werde nur noch ich. Mit meiner... ...superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jameson nicht... ...den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht. Solange ich kein Papierkram mehr erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werd voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder... ...wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Nein. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich könnte... Echt. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas von daneben. Auf der Skala von 1 bis 10. Wie viel Angst hast du? Ungefähr 3. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr 11. 11. Okay, Nathan. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das... Okay. Schön. Bin dabei. Okay. Was geht jetzt ab? Ach, ich soll das nochmal spielen oder was los hier? Was geht jetzt ab zum Schluss? Richtig geil. Crash Bandicoot. Äh. Kommt ja bald auf PS4 raus. Nur zur Info. Wow. Ich verstehe jetzt nicht, warum wir zum Schluss das nochmal spielen sollen jetzt. Aber egal, dann machen wir es halt. Also, ein Leben haben wir noch. Ich muss Leben finden. Ich muss Leben finden. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh, ich bin so schlecht. Alter. Okay, ein bisschen früher springen wäre nicht schlecht. Oh. Alter, ist das immer knapp? Wow. Nein. Okay. Ist genug, das reicht. Oh, ein Leben haben wir noch. Ein Leben haben wir noch. Okay. Dann sammle ich mal so viel, wie ich kann. Alles klar. Ich glaube, das ist ein schöner Schluss jetzt hier, oder? So ein Schlussspiel. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier nochmal spielen soll, aber... Crash Bandicoot, hallo. Das ist richtig geil. Also, einer meiner Lieblingsspieler gewesen früher. Und ich freue mich schon, dass es da bald ein neues Teil kommt auf der Playstation 4, wie gesagt. Und ich glaube, da freuen sich einige. Also, außer mir noch einige andere. Wow. Wow. Alter. Okay, so weit war ich noch nicht. Weil das Spiel haben wir ja schon mal gespielt. Kann man anfangen. Wann muss ich wieder springen? Wann muss ich wieder springen? Hallo? Oh. Okay. Ja, gut. Zum Schluss nochmal schön Punkte rausgeholt. Best Score. Das ist von Elena. Und guckt euch das mal an. 3500 hat die Alte. Und ich habe gerade mal 564. Okay. Okay. Oh, ich dachte schon, wir liegen gerade nackt. Wer ist das? Ach, wir haben gar nicht gespielt. Aber wie echt der aussieht, dieser Hund. Richtig geil. Mädchen. Da steht einfach nur Mädchen. Wer ist das? Ah, der Hund. Richtig geil. Epilog. Aha. Ist das Elena? Vielleicht ist das... Ah, das ist Elena. Ah, das ist Elena als klein, weil... So gut. Mädchen. Aber ich habe es herausgefunden, das ist Elena als klein, weil... Sie spielt Crash Bandicoot und... Sie ist gut darin. Ich sollte echt aufräumen. Ja. Das ist Elena. Nee. Ähnlich ist... Ja, ist schon ähnlich. Doch, das ist Elena. Ähm. Was wird das aber jetzt hier? Was sollen wir machen? Mom. Dad. Jemand da? Ah, der Hund. Der Hund ist geil. Der sieht einfach geil aus. Runter da. Mal sehen, was du hast. Okay. Bisschen Musik würde... Äh... Nichts schaden. Mom hat komische Musik. Aber die hier gefällt mir. Alter, was habt ihr für antike Sachen. Okay. Der Hund geht ab. Wow. So cool. Ja, dann schieß mal. Komm. Dann muss ich mir mal wieder vom Mom leihen. Okay. Also zum Schluss glaubt. Nur noch ein bisschen die Wohnung anschauen. Aber... Ich hab keinen Bock jetzt hier alles einzeln anzuschauen. Ähm. Oder kommt da noch mal was? Kommt da noch ein vielleicht fetter Kapitel? Die sind wohl abgehauen. Die sind wohl abgehauen? Also... Ich glaub, das ist Elena. Oder... Die sollten sich lieber nicht über mein Chaos beschweren. Nein. Das ist nicht Elena. Das ist unsere Tochter. Oder? Das ist die Tochter von Nathan und... Elena. Weil da ist schon ein Bild von denen. Äh. Ich bin grad ein bisschen... Also ich glaub mal, das ist die Tochter jetzt. Oh. Das sieht schön aus. Mhm. Zoomen. Durchblättern. Ja. Das ist die Tochter. Hammer. Alles klar. Geil. Geil. Okay. Jetzt wird's einiges klar. Ich dachte wirklich, das ist Elena. Aber das ist die Tochter. Das ist unsere Tochter. Richtig geil. Also... Wo sind die aber? Richtig schön gemacht mit dem Spiegel auch. Kriegen nicht alle Spiele her. Sehr schön. Können wir vielleicht einen Hampelmann machen? Nö, geht nicht. Wow. Richtig geile Dusche. Richtig schön groß. Da kann man's drin treiben sogar. Ja. Und da noch mal ne Wanne. Passen locker zwei rein. Aber das sieht ja dreckig aus hier. Überall liegt was. Überall. Also... Mit Sauberkeit und Ordnung... Fehlgeschlagen hier. Wir sollten echt ne Party schmeißen. Würde keiner merken. Ja, ja. Ich würd sagen, das... Muss so langsam dem Ende... Ja, dem Ende gehen. Nö, nix wichtiges. Aber nur das eine. Gib ihm doch noch eins. Na gut. Aber das ist das letzte für heute. Okay. Okay, wenn du sagst. Schade, dass wir keinen Namen von ihr haben. Da steht einfach nur Mädchen, wenn sie redet. Aber... Ja. Wollen wir nochmal pissen gehen? Nee, müssen wir nicht. Ja, und jetzt sind wir in der Küche. In der ganz schönen, großen, offenen Küche. Fisch. Was hast du jetzt genommen? Tomate oder was? Apfel. Apfel im Kühlschrank? Hm. Ähm. Yo. Was ist das? Okay. Und ich bin in Kuba. Verdammt nochmal. Ich war ein braver Junge. Ich freue mich auch, euch alle paar Wochen zu sehen. Dein Kumpel Victor. Das ist Sally. Alles klar. Sally schreibt uns, dass er uns bald sehen wird. Sehen wird. Ähm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kommt da noch was? Komm, wir laufen jetzt erstmal raus hier. Mädchen. Hey. Weg ist sie. Alter, was für ein traumhafter Ort. Nein. Alter. Wie geil ist das? Backgammon. Spielen die auch? Das wäre ein Traum von mir. So ein Ort. Tatschmal. Ich komme. Nur noch ein paar Wochen. Tatschmal. Ja. Da würde ich auch mal gerne hingehen. Ohne Witz. Vielleicht irgendwann. Hey. Dieser Ort gefällt mir verdammt nochmal sehr, sehr gut. Kann ich da ins Wasser rein? Kann ich schwimmen? Nee. Weiter geht's nicht. Also ich kann nicht weiter rein. Ähm. Da ist unser Auto. Habe ich gesehen. Carport. Ja. Jetzt nur runterfahren. Ja, liebe. Ich weiß nicht, wo wir überall gucken sollten. Können wir da rüber? Nee. Verdammt. Also die Optik ist der Hammer. Das kann ich fast in jeder Folge loben. Es ist geil. So muss ein Spiel sein. Hm. Was sind das für komische Stühle? Richtig geil. Guckt euch das an. Ein Traum. Ein Traum der Ort. Auch noch schön alles. Ach man. Warum kann ich nicht so einen Schatz finden, ne? Dann würde ich ja auch an so einem Ort gehen. Warum ist mein Hund schon im Boot? Muss ich da auch hin vielleicht? Ja. Vorher schauen wir uns nochmal hier um. Vielleicht können wir hier rein. Vielleicht sind hier unsere Eltern. Okay. Was ist das hier? Du hast es rausgefunden. Achso. Okay. Okay. Das wurde toll gesäubert. Ja. Die haben ihr Hobby trotzdem weiter ausgeübt. Der Nathan und Elena. Okay. Jetzt fängt sie auch schon an mit den Ausgrabungen. Hey. Ja. Genau da. Oh ja. Bei der hier war ich mit Sully unterwegs. Ja. Sag doch was. Daran erinnere ich mich. Ach ist genug jetzt. Ähm. Was gibt's da Schönes? Das grenzt das Suchgebiet ein ganzes Stück ein. Tja. Schlau wie die Mama und der Papa. So viele Gasflaschen hier. Gefährlich. Gefährlich. Obwohl das ist ja Sauerstoff. Kein Gas. Ja. Ähm. Ich würde sagen hier gibt's nichts. Ähm. Was bewahrst du hier auf? Wie albern. Sind wir das? Also sie jetzt? Ja. Cool. Hm. Das sind seine Schlüssel. Das sind seine Schlüssel. Aha. Dann mach mal auf. Ich bin mal gespannt was da drin ist. Vielleicht der Papa? Keine Chance. Einfach keine... Chance. Okay. Die Kinder sind immer neugierig. Ich... Ich wusste es. Haha. Was ist das? Dass der das noch oft bewahrt, ey. Okay. Einmal zurücklegen, bitte. Uh. Hey, du hast es falsch hingestellt. Das war oben. Soll ich mir jetzt wirklich alles anschauen? Näh. Machen wir nicht, oder? Wow. Nettes... Ähm... Holster, Dad. Mhm. Libertalia. Da unten ist doch das von Libertalia, oder? Ja. Ah, sie kennt sich gut aus. Da. Kennt sich eine aber richtig gut aus. Taschenbuch? Ja. Kann man sagen. Ähm. Okay, jetzt hast du gesehen, was da drin ist. Das ist die Sammlung von deinem Papa. Und ich würde sagen, es ist gar nicht gut, was du da machst. Ne? 16. Jahrhundert. Wo ist das her? Ich würde sagen, geh zurück. Es ist gar nicht gut, was du da machst. Das gehört alles Papa. Das Buch schaue ich mir noch an, und dann ist gut. Ach, das ist doch von der Oma. Stimmt. Okay. Das ist von der Oma. Das ist also von der Mama von... Wow. Nathan. Nathan. Henry Avery. Der ganz weit rauf? Ha. Halt. Hast du etwa nach Averys Schatz gesucht? Äh. Das ist ein Foto von Sam und Nathan, oder? Ja, genau. Niemals ist das der. Hahaha. Mal schauen, was noch alles kommt. Ah, die kennt sich echt gut aus, die alte. Das habe ich auf meiner alten Kamera gefunden. Ich dachte, du würdest es gerne haben. Eh. Was? Haha. Wie, jetzt haben die... Nee. Nein. Wieso? Ich muss nur, ähm... Mal... Was ist los, Cassie? Okay. Sei nicht sauer. Hey, ich sag doch, sei nicht sauer. Schlüssel. Schlüssel. Also? Was hast du gesehen? Gar nichts. Naja, nur das Foto von euch beiden und Sally. Mit nem Haufen spanisch aussehender Schätzer. Und einem Gewehr. Ja. Das musste irgendwann passieren. Vielleicht sollten wir es ihr einfach erzählen. Sie ist noch nicht bereit dafür. Bereit für was? Den abgefahrenen Scheiß da drin? Wortwahl. Ja, Wortwahl. Entschuldigung. Aber ihr beiden habt ja am wahrsten Sinne des Wortes Leichen im Keller. Oder zumindest... ...so eine Art silbernen Totenkopf. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit dafür. Hm. Wirklich? Nate? Zeit für das Gespräch. Ja, es ist absolut Zeit. Moment, um welches Gespräch geht es hier? Sie ist noch ein Kind. Sie ist älter als du und Sam, als ihr das alles begonnen habt. Das ist was anderes und das weißt du. Okay, hör zu. Wenn ihr irgendetwas Zwielichtiges angestellt habt, ist das total okay. Aber ich finde, ich bin alt genug, es zu erfahren. Richtig? Wie alt bist du? Haha, witzig. Mom? Okay. Tja, mal sehen. Für mich fing es an, als dieser Typ mich wegen einer Story über einen riesigen historischen Fund anrief. Er klang wie ein absoluter Schwindler. Ja, attraktiver Schwindler. Nein, ich kannte ihn ja noch gar nicht. Oh, sie wusste es. Sie wusste es. Also dieser Schwindler sagt, wenn Sie die Reise finanzieren, gebe ich Ihnen den Sarg von Sir Francis Drake. Und damit das klar ist, ich habe auch geliefert. Ja, du hast uns indonesischen Piraten ausgeliefert. Ach, jetzt komm, du weißt, damit hatte ich nichts zu tun. Okay, Leute, auszeit. Ihr behauptet, Piraten hätten euch angegriffen? Nachdem ihr den Sarg von Sir Francis Drake gefunden hattet. Ist das richtig? Ja, eigentlich schon. Bullshit. Deine Wortwahl. Quatsch. Besser. Okay, erzählt weiter. Wisst ihr was? Die Sonne scheint, das Boot ist bereit, der Wind ist perfekt. Ihr wollt die Geschichte erzählen? Warum nicht auf dem Wasser? Kommt. Warte, wie hat Francis Drake ausgesehen? War es eklig? Weißt du, er lag nicht drin. Ja, nur sein Tagbuch und eine Karte von Eldorado. Der Stadt aus Gold? Ah, das ist die Legende. Es war nur eine Statue und sie war verflucht. Krass. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Aber das kommt erst viel später. Also, die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Die Karte führte uns mitten in den Dschungel des Amazonas. Yo, Leute. Ja. Komisches Ende, aber... Ja, gut. Wir haben eine Tochter. Also, ich rede jetzt von Nathan. Wir haben eine Tochter. Eine sehr schöne, schlaue Tochter. Finde ich cool. Ja, was haltet ihr vom Spiel? Schreibt doch eure Gedanken in die Kommentare. Und bewerten nicht vergessen, Leute. Eine Bewertung wäre ganz, ganz lieb. Ja, also... Ich fand das Game richtig geil. Meine Meinung... Die Optik, die Story, alles richtig geil. Ich würde aber mich... Mich würde es interessieren, was mit Averys Schatz passiert ist. Also, ich selber, wenn ich jetzt Sam wäre, würde ich dahin... Irgendwie nochmal dahin gehen. Und versuchen... Die wissen jetzt, wo es ist. Brauchen wir ja nicht mehr suchen. Einfach mal... Da rankommen und... Auch wenn man nicht alles bekommt, aber das meiste mal wegnehmen. Ich glaube mal, die haben es auch gemacht, weil... Sam, ich weiß nicht. Aber da kommt noch was. Da kommen ja dieses Jahr, ich weiß nicht, im April oder irgendwann... Im Frühjahr, glaube ich, ein DLC von Uncharted. Und vielleicht geht es dann weiter. Und die Nadine. Wir wissen ja nicht, was mit Nadine passiert ist. Und... Ja, auf jeden Fall noch... Fragezeichen. Überall noch große Fragezeichen. Riesenfragezeichen. Ich bedanke mich an allen, die... Bis zum Schluss mich unterstützt haben. Und... Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr in den nächsten Projekten... In den nächsten... Let's Plays reinschauen würdet. Und... Es immer bewerten würdet. Also ich bin auch offen für Kritik. Sage ich immer wieder. Für eine... Gut argumentierte Kritik bin ich offen. Und... Ja... Ich lasse es mal ein bisschen laufen. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Wevel kann hier schon ausschalten. Ansonsten... Ja... Bleibt gesund Leute. Und... Bleibt bei mir. Bleibt dran. Haut rein. Wir hören uns.